Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Star Wars Battlefront. Yeah, mit dabei ist wieder der Onkel. Ja, hallia, du Hallöchen. Yeah. Yeah. So will ich das. Ja, es geht heute weiter mit was Neuem. Wir hatten als letztes gehabt Abwurfzone. Und heute ist die Droidenalarm dran. Onkel, lest mal vor, was da steht. Das kann ich erst machen, wenn ich gedrückt habe, weil dann steht nämlich ein größerer Text da, nicht nur dieser kleine Hunde-Piebel-Text. Ja, äh, der ist aber ein anderer Text, ne? Oder ist das der gleiche? Das ist der gleiche. Achso. Jetzt hätte ich nämlich den kleinen Text vorgelesen. Okay. Ja, ich bin drin. Ja, also... Ja, du musst mich da auch einladen, weißt du? Nee, ich muss dich nicht einladen. Du kannst nachtscheinend jetzt. Oh, Party. Ich komm. Oh, ist aber nicht viel los, ne? Dafür das... Hä? 6 bis 6? Warum standen da 20 bis 20? Das ist jetzt verstanden. Keine Ahnung, von was du redest. Auf dem Planeten befinden sich drei Droiden, um die Rebellen und imperiale Truppen kämpfen müssen. Wer zuerst alle drei Droiden unter Kontrolle bringt, gewinnt. Oh Gott. Das heißt, wir rennen jetzt hier quer über die Map und müssen alle drei gleichzeitig haben. Das ist ja... Wow. Ja, das ist so ein kleines Minigame, ne? Ja, mit vier Mann etwas... Naja. Und hier gibt's auch Fahrzeuge. Nee, ich glaub, das ist einzeln. Achso, oder? Na, wir gucken mal. Es geht doch schon los, okay? Hallo? Ja, ich bin da. Und das ist mit Fahrzeugen, oder was? Äh... Nee, laufen. Warum sagst du das denn? Ja, keine Ahnung. Das stand bei mir. Das war sehr merkwürdig. Vier gegen vier, okay. Übernimm alle Droiden. A, B, C. Oh, die sind schon dran. Okay, ich probier das jetzt einfach mal. Geh jetzt mal zu einem. Ah, okay. Jawoll, ich hab einen. Onkel, Achtung. Ich hol den Droiden. Ey, du Drecksdroide. Wo rennst du hin? Du musst trappen. Achso. Hey, guck mal, wie der läuft. Das ist doch süß. Nee, nee. Wandelnder Mülleimer. Das ist ja sonst. Ja, aber den müssen wir doch jetzt beschützen, oder? Wir müssen doch die anderen holen. Wir müssen alle drei haben. Ja, guck mal, hinter dir. Das sind Gegner. Ja, holst du dir doch. Wenn du es siehst, schießt du doch ab. Ja, hab ich. Aber der waren halt mehrere. No Chance. Okay, wir müssen jetzt ganz schnell die anderen Droiden holen von denen. Das sieht ja sehr interessant aus, das Game. Es ist halt mal was anderes. Jawoll, wir haben einen. Geklaut wieder. Ja, müssen wir warten. Ja. Perfekt, übernommen. Ey, die müssen dann doch erstmal nochmal ein bisschen laufen, ne? Ah. Okay. Ob ich da einen Angriff hab' ich. Jawoll, mit der Panzerfaust aus dem Leben gehauen. Boah, hast du grad den Orbital abgesetzt? Hier, ich hab' mich selbst. Besiegt von dich selbst. Bin ich das gelbe. Bist du kiezt? Speaker, dein Onkel hat sich geopfert für die Druiden, Leute. Ihr habt es alle gehört. Hallo. Komm, wir holen uns den Druiden schnell zurück. Boah, hier geht's echt los, hier Nuckelna-Explosion ohne Ende Nuckelna? Nuckel? Nuckelna Wir haben sie, wo wir sie haben wollen Nur noch ein Droide Ah, ein Droide noch Boah, was mach ich denn hier, ey? Ich weiß es nicht Boah, krass geht das hier ab Wenn du das nicht weißt Ja, ich Ich hab grad mit meiner letzten Verzweiflungs-Ära Hab ich hier alles rausgerotzt, was ich hatte Und ja Das Ende vom Lied war, ich hab die Leute weggehauen Aber der Droide Der feindliche Droide Hat mich getötet Jawoll, wir haben die Droiden Und wir haben einen verloren Kann das Spiel überhaupt zu Ende gehen? Weil mir jeder die ganze Zeit immer einen Droiden hat Hab ich doch gesagt, es kann ein Stück gehen Das ist cool Ja, ich weiß Find ich auch cool Du willst halt nur nochmal betonen Kann es denn ein Ende geben? Wenn ja, lass es mich bitte Ich halte deinen Rücken frei Das dauert auch länger, ne? Bis die jetzt uns gehören Ist mir grad mal aufgefallen Ach, der Pisser Oh mein Gott, ey Dreckliche Bauern Sehr, sehr nice Okay, dieses Spiel Merke ich gleich Macht mir nicht so'n Spaß Ja, das ist halt zum Ausprobieren, ne? Ein Partner, dass wir's gesehen haben Und dann hinterher, wenn wir alles durch haben Machen wir halt das, worauf wir Bock haben Gefecht zum Beispiel Herrschaft und so weiter Vielleicht nochmal Abwurf-Zone Je nachdem, was du Bock hast Oh, der Penner, ey Also eins muss ich ja lassen Die Pistole ist echt gut Also der hat grad die Pistole rausgeholt Hat einmal abgedrückt Und bin sofort tot gewesen Okay Jawoll Gerade beim Vorbeigehen Hab ich einen weggefetzt Achtung, Granate Boah Wir sichern den letzten Droiden Das find ich zum Beben Klasse Achtig Die haben wir gleich wieder ein Ich bin wieder so gut Dass ich schon wieder abgekratzt bin hier vom Nix Ich weiß ja nicht, wo die hinlachen Ach nee, wir müssen einfach die Zeit abwarten Aber es gibt doch ein Ende bei dem Spiel Und zwar die Hauptzeit Und wer dann wahrscheinlich die meisten Droiden Ein bisschen gewahrsam hat, hat gewonnen Ach komm schon Der schwarze Penner, ey Ein 13 Lebensenergie hat er noch über Pass auf Onkel, links hab ich einen gesehen Oh Mann, ey Porte dich zu mir Ich bin hinter dir Porte dich einfach zu mir Ging schlecht Warum? Ich hab aber ein Leben Passt geschafft Und ich hab Ne Trophäe bekommen Hallo, da ist einer Oh Oh mein Gott, ey Mein Spielpartner ist ein größerer Penner als du Ja, so sind's da halt, ne Kannst du lieber dich mit mir glücklich schätzen Wir haben alle drei Ja Was soll man das Wende bringen? Ne, die Zeit muss ablaufen Drei Minuten Dann haben wir erst gewonnen Yeah Uh Bam, bam, bam Bigelow Oh Haben die schon wieder einen Druiden geklaut Oh Gott, der ist genau so schlechter Schütze wie ich Oh Mann am Boden Finde ich nicht so schön Nanananananananana Ich hab den letzten Druiden Haltet sie auf Oh Hey, Unge Oh, Schocken Mein Gott Mhm Manchmal Manchmal mach ich so Tornübungen Ey Ich hab keine Ahnung, was ich da gerade gefabriziert hab Ey Wahnsinn Geil Ich meine Also eins muss ich ja lassen Die Druiden von den Menschen Also Die Kampf Druiden Die sind echt cool Also Kannst du mir erzählen, was du willst Die sind echt gut Ja Ist normal Unge Tornübungen Bei dem krassen Zeug Was hier abgeht Du glück Checkst das Eine halbe Stunde später Ne Ich hab schon gecheckt Finde ich auch cool Die haben alle drei Druiden Ach, ich hab die falsche Waffe im Visier gehabt Hm Ich bin ja so ein Künstler Was Hast du die falsche Waffe im Visier gehabt Du Ja Ich hab doch den Sniper noch Ich hab den Sniper gehabt Aber ich wollte schießen Aber ich wollte nicht mit dem Sniper schießen Sondern mit meiner normalen Waffe Und dann hab ich die falsche Waffe gehabt In der Hand Ach ne Du saßt da nicht hin Stimmt Ahahaha Wer hat ja sowas nicht in der Hand Ja im Visier halt Was Ich hab meine Waffen Ich hab meine Waffen zwischen die Füße Du hast ja die Waffe im Visier Hm Das ist aber auch ungefähr In der Visier Hast du irgendwas auszusetzen Du hattest die falsche Waffe In der Hand Wieso verloren Ich hab den dreingenommen Hm Oh oh Ich geh grad nicht bei dem Gequatsche von dem und dem Druiden hier Ja ist alles gut Wir werden Oh die mit ihrem Wegflattern Ne Die Säcke Haha Oh der Drecksack Der hat den grad gerettet Ich hätte grad einen fast gekillt Fast Also null 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 Zeit ist abgelaufen Was passiert jetzt Das ist jetzt hier so ein modernes Bluff lackern hier Wie so Niederlage Hm, was ein komisches Game Hey, ich bin erster Aber naja Gibt halt ein bisschen Geld Ugo Hat gleich alle drei Sachen Igwa Okay, machen wir nochmal Ja, ja Sind wir da die andere Seite Können wir die anderen Druiden retten Oh mein Gott Was? Das sind dieselben Druiden Ja, aber ich meine jetzt halt Dass wir jetzt für die anderen sind Jetzt töten wir halt die Guten Ich hoffe, dass es eine andere Map ist Diese Map hier ist Ja, klar ist eine andere Map Ja, das ist auch eine gute Map Schauen wir mal Die sind jetzt nicht mehr die Rebellen Sondern die Imperialen Listen Die Imperialen So, okay Ich hab Geld Und Körperschild Ne, brauch ich nicht Spiel ist gestartet Jetzt beitreten Na klar Hey, alles gut Okay, Onkel Lass uns kämpfen Bitte warten Spiel wird gestartet Ah, egal Ich liebe das Game trotzdem Boah, da drinnen bist du Macht nichts, Onkel Ich geh zum Druiden A ist bei mir ganz nah Äh Bei dir auch? Ja A, B, C, D, E, F, G Roboter Ich hab zwar immer noch nicht verstanden Was das der Sinn ist Weil gerade hatten wir alle Dann auf einmal haben wir verloren Also Es war Ja, ich verstehe nicht Warum die 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 Bloß anzapfen Und dann abhauen Hm Ja, normalerweise müssen wir da stehen bleiben Oh, jetzt hab ich gerade auf die Falschen wieder geguckt Danke Hey, ich bin bei Onkel Voll korrekt Ach, komm schon Krass Die mit ihren Waffen Zwei Schuss Direkt tot Ach, die haben halt alles Was sie so Sich überlegt haben Rausgeholt An Games Ach, komm Wir machen Druiden Schleppen Ob das jetzt gut ist Oder nicht Das steht jetzt in den Sternen Aber die haben sich halt gedacht Holmen wir alles raus Oh, der hat mich mit der Panzerfaust weggejagt Oh, wenn du so eine Panzerfaust abkriegst Da tut schon weh Dann solltest du so eine Panzerfaust auf einen schießen Hä? Dann solltest du so eine Panzerfaust auf einen schmeißen Ja, das tut auch weh Oh, Mann Ey, ihr seid doch Mann Der mit seinem scheiß Personenschild Ne, das braucht doch kein Schwein Mann, ihr seid doch Mann, Mann Mann Hast du gerade gesagt Ja Hab ich Alter Was ist denn hier los, ey Oh, jetzt hat der Personenschild an Der will mich verarschen Wir müssen uns die Druiden sofort zurückholen Wisst ihr Ich bin verwirrt Ach, guck mal Jetzt läuft die Zeit ab Jetzt traf ich's Scheiße Haben wir jetzt keine Möglichkeit Noch einen Druiden zu erhalten Hallo Ah doch, Hammer Ey, Leute Wir müssen aufpassen Da sind wir gleich tot Oh, Mann Der hat mich tatsächlich mit neuen Lebensenergie hat der noch Ja, neue Map und wieder neues Leben hier Man merkt's direkt Oh Ha Was, ha Ich hab Ich hab grad, ähm Wir hatten aber vorhin Wir hatten aber vorhin auch schon öfters mal drei Und dann ist nicht die Zeit so abgelaufen, dass wir gewinnen Ich glaub, das war vorhin voll verbuggt Du kannst mir erzählen, was du willst Jetzt schnappt er mir das weg Oh, ich glaub es nicht Ach, Onkel, was machst du denn? Du musst sich öfters verlust, Wahnsinn Was denn? Weil du mal, ich hatte jetzt gedacht, du willst du die Druiden in die Schöne nehmen Da hab ich doch Und der hat mich, ich hab den da geholt, aber er ist nicht weg Ja, Mann, ne, was hast du denn meine Schuld? Du musst mich beschützen Aber der Weihnachtsman war auch da Du laberst eine Scheiße Das ist normal Ja, du auch, ey Das ist genau so ein Quatsch Was soll ich machen? Ich hab das Ding Und dann bin ich ohne Schutz Und dann haben die mich gekillt Du bist von dem Ding weggerannt Ich hab's doch gesehen Guck meine Aufnahme an Ja, guck meine Da bin ich nämlich dabei Und hab das Ding gerade Nein, guck meine Bis, bis Bis zur Hälfte war ich schon drauf Also hab ich das schon umgedreht Umgekrempelt Hä, was ist Hm Hm Was denn Hm Schieß doch Ach, Mann Der scheiß Orbitalstreik will nicht funktionieren Mann, das geht mir schon auch schon wieder Oh, jetzt haben die mich gekillt Ach, Leute Wenn da einmal was funktionieren soll Aber das ist gar kein Problem Denn wir wissen alle Weihnachten Kommt bald Oh, heil die Fresse Also ich hab jetzt einen Droiden hier gleich Mit dir Und jetzt bin ich tot Achtung, da kommt einer Oh, wie kann denn der das aushalten Ich hab den vollgepumpt mit meinem Scharfschützengedöns Und der hat das überlebt Ja, ja Das ist aber sehr mal merkwürdig Würde ich jetzt mal so behaupten Also ich weiß nicht, was hier los ist Aber der Orbitaldings will nicht kommen Was Ich verstehe nicht, was du von hier willst Ich hab einen Orbitalstreik Aber er will nicht kommen Wie denn, wo, wo will denn da hinkommen Achso Achso, du hast den eingesetzt Achso Boah, drück dich doch ordentlich aus, Junge Achtung, Schottschild Ich hab einen Orbitalstreik Aber wo will denn da hinkommen Wenn das brauche ich immer kommen Ach, Onkel ist das schön Doch, hab ich erwischt, oder? Ne Wir haben nur noch einen Warum, ey Ich treff nix Rück zu dem letzten Droiden vor Und übernimm den So, und ich hole mir den eben schnell Bäm Ich bin schon fast nicht, was ich hier mache Ja, das ist halt das Game Es ist okay Es ist mal wieder eine neue Erfahrung Aber es ist halt nicht so was Was ich jetzt sagen würde Das werden wir jetzt ganz oft spielen So wie Gefecht oder so Es ist okay Oh Man Jetzt hat der in der Luft noch einen Orbitaldetonator geschickt Äh, der Maldetonator meinte ich Ein Orbitaldetonator Das ist wieder was Neues Was ich erfunden hab Der Onkel ist schon ganz ruhig Vor lauter Angst und Schrecken hier Alter, hier ist richtiger Krieg ist hier Weißt du das? Ah, wieder einen verloren Schütz diesen Droiden vor ihren gierigen Fingern Vorsicht! Übernahme läuft, aha Oh Übernahme läuft, aha Ach man Egal wo du hinläufst Weil das ist ja alles nicht mehr so mit Fronten Die sind ja überall die Typen Und dann denkst du Auf der Seite kann keiner kommen Auf einmal steht da einer Und dann siehst du nur einen Laser Liegst am Boden Und bist am Verbluten Ne, 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 ne Will ich Will ich hoffen für die Druiden Hm Ah, die Pisser Mei, oh mei, oh mei Übernahme läuft, Verlust Wow Habe ich Luft ist frei Äh, Luft ist rein meine ich Ich weiß auch nicht Ich hab so einen Pech, ey Das ist der Wahnsinn Ich lauf doch einfach nur mal um die Ecke und lauf genau in die Granaten rein Da fliegt er Da fliegt er Ich hab auch ne Granate geworben Hast du fein gemacht? Hm? Ist du fein Ey, nö Fein hab ich das gemacht Ja, ich weiß Du auch Du, aber auch Pass auf Hier hinter dem Container ist einer Fang Nichts gebrannt Was so Alter, 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 alter Pass auf neben uns Ich bin schon tot Du auch? Ich war schon tot Ich hab ihn grad noch gesehen Ich konnte grad noch einen abwehren der versucht an unseren äh, Droiden rumzuschrauben und mit nem Thermaldetonator Der ist ziemlich hochgegangen Ja, und dann war's geschehen mit mir Boah, die werfen doch nur nur die schweren Geschütze Scheiß Truppenschild Ich will sie gar nicht Ich Ich Ja, das ist echt Ja gut Das kannst du drüber setzen Und dann kannst du den Droiden in Ruhe einnehmen Dann können die dich nur in Nahkampf töten Das ist das Einzeste Was der gut bringt Sonst Das ist eigentlich Boah, wieso? Wieso haben die jetzt gewonnen mit zwei Droiden? Ich versteh's nicht Ich dachte, du brauchst alle drei Droiden Da kann doch irgendwas nicht stimmen hier Wieso? Du musst die längste Zeit gehalten haben Du musst die meisten Droiden die längste Zeit gehalten haben Also Völlig logisch Na gut Oh, der Joker war's Naja, entweder Batman oder der Joker Ja, liebe Freunde Also das war jetzt nicht so gut Also nächsten Part machen wir auf jeden Fall einen anderen 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 Modus Und ja, du bist dran Apropos Genau, ich mach und dann genau, anderer Modus Ja, liebe Freunde Da hat man mal einen kleinen Einblick bekommen von Droidenalarm Ja, das war's doch Wir müssen darüber nicht sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ich freu mich und wir freuen uns wenn ihr wieder mit dabei seid Bis dann Ciao Tschüss